Hey Elex Freunde, Elex 2 ist ja gerade erst rausgekommen und ich habe für euch direkt ein paar Dinge herausgefunden, die gerade am Anfang nützlich sind. Als erster Tipp, ihr könnt direkt am Anfang zurück zum Turm gehen, um euch extra Equipment mitzunehmen. Die meisten würden das sicher liegen lassen. 2. Schwache Angriffsspam lohnt sich gerade bei schwachen Gegnern. Durch die Attack Chain greifen sie euch nicht mehr an. Aber Vorsicht, starke Gegner widerstehen meist dem Stagger-Effekt der schnellen Angriffe. 3. Nutzt euer Jetpack, um in Öffnung von zerstörten Gebäuden auf Funktürme oder auf Bergketten zu fliegen. Nicht selten habe ich dort extra Loot, der dort versteckt war, gefunden. 4. Als vierter Tipp geht es um den ersten Begleiter, nämlich um Crony. Den findet ihr direkt am Anfang an dieser Stelle. Crony hat einen ziemlich präzisen Angriff und eignet sich besonders gegen fliegende Gegner. Allerdings macht er nicht den größten Schaden. Kaya wäre Begleiterin Nummer 2. Um sie rekrutieren zu können, müsst ihr nur ihre Morkon-Quest abschließen. Das geht super schnell, indem ihr die Gasflaschen im Morkon-Lager anschießt und explodieren lasst. Diese Gasflaschen findet ihr auch in anderen Banditen-Lagern. Lockt dafür einfach alle Gegner rein und schießt die Flaschen an. Das erspart euch lange Kämpfe. 6. Wer einen richtig starken Begleiter für den Anfang will, sollte Kaya mitnehmen. Die Berserker-Magierin schnetzelt selbst Totenkopf-Gegner super schnell. Um ehrlich zu sein, empfinde ich sie als etwas zu overpowered. Allerdings tut sie sich gegen fliegende Gegner meist schwer, da sie mit ihren Feuerbällen nur schwierig trifft. Anschließend für den Kaya-Tipp empfehle ich euch den Fernkampf. Für nur 13 Geschick könnt ihr euch gleich zu Anfang einen starken Bogen ausrüsten. Bögen haben Auto-Aim und folgen dem Ziel immer automatisch, solange ihr mit dem Fadenkreuz in der Nähe des Ziels bleibt. Das Fadenkreuz leuchtet rot auf, wenn ihr das Ziel erfasst habt. Als nächster Tipp. Im Zoom des Bogens könnt ihr euch ausweichen. Das ist besonders stark gegen größere Gegner. Falls ihr mehr Distanz gewinnen wollt, nutzt einfach die Ausweichrolle außerhalb des Zooms. Gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden ist die Ausweichrolle sehr stark. Sie benötigt wenig Ausdauer, so könnt ihr nach euren Attack-Chains am Ende immer eine Ausweichrolle machen, um euch aus dem Kampf zurückzuziehen und Ausdauer zu generieren. Unterhalb der Festung, in der sich Kaya befindet, findet ihr eine Menge Loot. Gerade in der Truhe am See findet ihr eine Berserker-Kleidung für umsonst. Bei einem Raptor auf einem kleinen Berg gibt es eine Gratis-Sonnenbrille, die Gegenstände für euch blau hervorhebt. Super nützlich, unbedingt mitnehmen. Das spart ihr euch die 2500 Elixit beim Händler. Als nächster Tipp, eine einfache Berserker-Kapuze findet ihr im Norden bei der Siedlung nahe der Bastion im Ersten Haus. Wenn ihr wieder bei der Festung von Kaya seid, findet ihr etwas weiter auf eine Klippe eine Leiche mit dem Rezept Knoblauchbrot. Gerade das Kochen von rohem Fleisch oder das Craften von Lebensmitteln kann eine gute Alternative zu Heiltränken sein. Als nächstes, Elix-Tränke gibt es in kleiner, mittlerer und großer Ausführung. Gerade die kleinen sind am Anfang sehr stark, da sie euch 500 XP geben. Wenn ihr die Augen offen haltet, findet ihr im Anfangsgebiet schon drei Stück. Mittlere geben euch Attributspunkte und große Lernpunkte. Aus diesem Grund lohnt es sich Alchemie zu lernen, da ihr dann mit Rezepten diese Tränke herstellen könnt. Als Tipp, einen kleinen Elix-Trank findet ihr beim Teleporter beim verlassenen Hof. Auch ein Tipp ist, dass Intelligenz allgemein ein sehr starkes Attribut ist. Es wird vorrangig im Crafting benötigt, aber auch für Schlösser öffnen, Magie und sämtliche Perks. Deswegen meine Empfehlung, skillt auch Intelligenz. Gerade Bücherwurm gibt euch extra XP beim Lesen von Schriften und es gibt einen Perk, der euch mehr XP aus anderen Quellen wie dem Abschließen von Quests gibt. Je früher ihr die habt, desto mehr Nutzen zieht ihr daraus. Der nächste Tipp bezieht sich auf das Weltenherz, wo Tiralk steht. Dort gibt es einen Schmied, bei dem ihr Waffenschmied lernen könnt. Der Skill eignet sich, um die beschädigten Waffen, die ihr überall findet und die Gegner droppen lassen, reparieren zu können. Auch eine gute Möglichkeit, sich etwas mehr Elixie zu verdienen, da reparierte Waffen deutlich mehr wert sind. Im Übrigen findet ihr noch eine Stärke Mod in der Schmiedhütte. Die hebt eure Stärke um 5. Da wir es gerade schon von Attributen und Skills haben, Schlösser öffnen würde ich so früh wie möglich lernen. Ihr findet öfter Schlösser, die ihr nicht öffnen könnt, weil euch der Skill fehlt und das ist super ärgerlich. Gardok bei der Bastion kann euch den Skill lehren. Ihr benötigt für die erste Stufe nur 15 Geschick und Intelligenz. Bei Gardok könnt ihr auch super viele Pfeile kaufen, falls euch diese mal ausgehen. Und bei Gardok gibt es geile Rüstungen, die ordentlich Schutz geben. Ihr müsst zwar etwas Elixit dafür hinblättern, allerdings sollte das mit den gefundenen Waffen bzw. dem Waffenschmied Skill kein Problem mehr sein. Achso und wo wir schon bei Gardok sind, der kann euch auch einen Presslufthammer verkaufen, mit dem ihr Erz abbauen könnt. Super, super nützlich am Anfang. Der nächste Tipp, falls ihr mal eine Truhe nicht knacken könnt, könnt ihr sie einfach mit dem Truhen-Symbol auf der Map markieren. Falls ihr sie dann lootet, könnt ihr den Marker wieder entfernen, so behaltet ihr die Übersicht. Kleines Viehzeug wie Ratten, Asseln und Hühner geben jeweils 10 XP und erhöhen euren Zerstörungswert. Was es genau damit aus sich hat, habe ich selber noch nicht herausgefunden und ob er irgendeinen Einfluss aufs Spiel hat. Aber ich töte alles an Kleinzeug, was ich finden kann. Falls ihr mal Knappheit an Tränken habt, die Biester liefern immer rohes Fleisch, das ihr braten könnt. Als Initiator im Kampf kann es sich lohnen, beim Sprinten den Sprintschlag auszuführen. Dabei macht ihr einfach im Sprint einen Angriff. Der Held auto-aimt dann auf den Gegner und trifft ihn so gut wie immer. Allerdings kostet euch das massiv Ausdauer, weswegen ich ihn am Anfang des Spiels nicht gegen Bodengegner einsetze. Und vor allen Dingen nicht gegen Fliegende, wie die fliegenden Drohnen hier. Weil die fliegen einfach oben drüber und ihr trefft die nicht. Gegen Glutfliegen allerdings kann das sehr sehr nützlich sein. Begleiter haben nach einiger Zeit, in der sie in euren Diensten stehen, Quests für euch. Wenn ihr noch am Anfang auf Stufe 3 irgendwo durch die Pampa streift, nehmt diese Quests auf keinen Fall an. Ihr werdet dort dann an einen anderen Ort teleportiert, wo ihr gegen starke Gegner kämpfen müsst. Wartet lieber, bis ihr einige Level gemacht habt. Als nächster Tipp, falls ihr euch dann doch traut, dann macht die Kaya Quest. Ihr müsst sie ja nicht abschließen. Aber dort in der Nähe findet ihr einen Feuerspucker, der niedrige Stats benötigt, um benutzt zu werden. Geile Waffe. Wenn ihr aber Gegner mit 3 Totenköpfen vor der Lebensleiste seht, dann nehmt die Beine in die Hand. Schaut mal ins Glossar. Dort werden alle Gegner aufgelistet, denen ihr bereits begegnet seid. Super interessant, was es mit manchen Kreaturen auf sich hat. Abschließend bleibt mir nur zu sagen, falls ihr noch mehr Tipps hören wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ich bringe in Zukunft noch mehr solcher Videos und Guides zu Elex 2 und so bleibt ihr immer benachrichtigt, falls was Neues rauskommt. Ansonsten holt euch Elex 2. Das Spiel macht super viel Spaß und ich genieße gerade jede Sekunde, die ich spielen kann. Mit diesen Worten, ich zocke jetzt weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal und Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal und Tschüss.